Nicoletta Nordsch, 93 Kilogramm, der zweite Versuch. 27 Jahre, Zielkörpergewicht 62,4. Und wir hatten es gesagt, in der Weltmeisterschaften im letzten Jahr ist die 12. geworden, hat dort 91 gerissen. Also jetzt neuer Bestwert, eventuell. Ich hatte Angst, dass sie hier nach vorne rausfliegt. Ja, sah ein bisschen eigenartig aus, gebe ich dir recht. Ja, alles gut. Katharina Drömowa, 3. Ja, hier so, aber trotzdem. Ja, schiebt sie auch ein bisschen nach vorne, stimmt schon. Katharina Drömowa, 2. Nicoletta Nordsch, 93 Kilogramm.